Dann habe ich gesehen, Rathaus, ich gehe hin und stelle mich beim Bürgermeister dar. Habe ich dann gesagt, I am Sadia Klepo, Refugee from Bosnia, I want to do. Habe ich ein Programm gemacht, wie man mit Flüchtlingen in dieser Unterkunft was unternehmen werden konnte, man Deutsch redet, schaut, wie in Deutschland sich vor sich geht. Der Bürgermeister war total geschockt. Unsere Kriterin sollte wahrscheinlich Rettungswagen anrufen, aber sie war ältere, klugere Dame. Sie hat einen Journalisten eingeladen und dann dieser junge Mann hat erste Reportage über mich und meine Familie gemacht.